hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal hier bei komaik ich werde heute mein bestehendes balkon kraftwerk erweitern um zwei neue module die ich hier schon liegen habe ich möchte die module zukünftig so ausrichten dass ich von osten bis westen alle seiten über den süden abgedeckt habe um zukünftig über den gesamten tag strom zu produzieren gleichzeitig werde ich eine vorbereitung treffen um zukünftig den strom den ich tagsüber nicht verbrauche in ein batterie management system einzuschweißen damit ich auch nachts was davon habe in diesem ersten video zeige ich euch wie ihr ein balkon kraftwerk ganz einfach aufbauen können wir die halterung montiert den wechselrichter anschließt und das ganze ins heimische wlan integriert viel spaß damit hinter mir seht ihr die beiden module von meinem alten balkon kraftwerk im moment sind die module nach dort und nach dort ausgerichtet der süden befindet sich ungefähr in dieser richtung das bedeutet ich bekomme den vormittag abgedeckt und ich bekomme den frühen nachmittag abgedeckt mein ziel ist es nun die module so zu verändern dass ich das ganze weiter nach osten ausrichte beziehungsweise weiter nach dem westen ausrichte und die beiden neuen module in der mitte platziere um den süden voll mitnehmen zu können und zum beispiel meine pool pumpe über den tag mit pv strom nutzen zu können meine bisherigen pv module haben einen jeweils eigenen mikro wechselrichter der das ganze auf 300 watt ausgangsleistung reduziert damit komme ich auf 600 watt die diese beiden module abgeben können aktuell darf ich in deutschland jedoch nicht mehr als 800 watt irgendwie in das netz einspeisen und aus dem grunde kann ich die neuen module auch nicht einfach so integrieren ich muss eine null einspeisung sicherstellen das zeige ich euch aber im zweiten video wie ich das ganze löse ich habe da mit dem hyper 2000 was im auge was ich auf jeden fall gerne ausprobieren möchte doch davon unabhängig zeige ich euch nun was ihr überhaupt braucht um ein balkon kraftwerk in betrieb nehmen zu können idealerweise natürlich die passenden pv module ich habe hier ein set aus zwei modulen mit einer leistung von jeweils 440 watt bifazial das bedeutet dass ein großteil der sonnenlicht von vorne auf die module scheint und entsprechend pv strom gleichstrom produziert diese module sind aber lichtdurchlässig also auch von der rückseite her betreibbar das bedeutet wenn die sonne von der rückseite kommt oder irgendwo an flächen reflektiert wird kann das sonnenlicht auch von hinten die module ja aktivieren und auf diese weise strom produzieren das bedeutet statt der 440 watt die diese module nominal bringen bin ich hier schon bei 470 480 wenn ich den werbeversprechen glauben möchte was brauche ich noch klar einen wechselrichter um aus dem gleichstrom der aus den modulen herauskommt eben auch 220 volt wechselstrom zu machen dieser wechselrichter wird einfach mit einem ganz normalen schoko stecker in die steckdose hineingesteckt und wandelt dann natürlich diesen gleichstrom in wechselstrom um den ich direkt verbrauchen kann alles was ich nicht verbrauche was ich nicht aktuell benötige geht direkt weiter an mein energieversorger der freut sich drüber weil er von mir kostengünstigen sprich kostenfreien strom bekommen auf der anderen seite kann es natürlich auch für ihn irgendwann zu problemen kommen wenn zu viele einspeisen und das netz dieser ganzen sache nicht mehr gewachsen ist das dürfte spannend sein wie sich das in der zukunft entwickelt was brauche ich noch klar ein anschlusskabel um eben auch die module mit diesem wechselrichter hier unten zu verbinden der wechselrichter hat auch einen batterieanschluss beziehungsweise kein batterieanschluss sondern eine wlan antenne und bedeutet ich kann das ganze teil auch in mein heimisches netz integrieren in mein home assistant in verschiedene routinen die ich hier schreiben kann und eben später auch in dieses batterie system denn das soll dafür sorgen dass der strom den ich tagsüber nicht brauche in die batterie eingespeist wird und dann wenn die leistung des moduls nicht mehr ausreicht oder eben in der nacht dann möchte ich gern aus der batterie diesen strom wieder herausnehmen und in mein netz einspeisen der unterschied bei meinem projekt zu vielen anderen projekten wird aber sein dass ich nicht die module direkt an die batterie anschließe sondern die batterie irgendwo in meinem haus platziere und das ganze ac-seitig sprich auf der seite des wechselstroms mache sprich die module speisen hier vorne ein und auf der anderen seite vom haus steht die batterie und zieht sich diesen überschussstrom über die ganz normale steckdose damit die module sicher und stabil auf dem dach montiert werden können braucht es natürlich eine aufständerung ich habe hier meine neue gartenterrasse erst vor kurzem gebaut wenn ihr wissen wollt warum weshalb deswegen schaut mal oben links in die ecke dort habe ich euch das entsprechende video verlinkt auf der auf dem dach hier wird das ganze dann über dieses aluminium gestänge über diese aufständerung entsprechend aufgebaut das ganze sieht im rohzustand so aus ich habe die schrauben ich habe ein set für insgesamt zwei module und habe hierfür weiß gar nicht klappt irgendwas um die 40 euro bezahlt finde ich ein sehr guter und auch ein sehr fahrerpreis wenn ihr das ganze auf einem ziegel dach installieren wollt oder auf einem präferdach oder auf einem wellblechdach wie auch immer achtet darauf dass ihr vorneweg die richtige halterung kauft damit das ganze wirklich auf sturmsicher installiert werden kann wenn ihr wissen wollt wo ihr das ganze zeug her bekommt die aufständerung die module wechselrichter kabel verlängerung und so weiter dann schaut doch mal unter das video in die beschreibung all die bauteile die ich verwende mit denen ich zufrieden bin habe ich euch dort verlinkt einfach mal draufklicken gleicher preis für euch eine kleine provision für mich und meinen kanal um das ganze hier auch zu finanzieren wenn ihr schon dabei seid dann vergesst nicht an der stelle mir schon mal den daumen nach oben zu geben abonniert meinen kanal um den zweiten teil dieses projektes nicht zu verpassen und natürlich schreibt mir in die kommentarspalte was ihr von diesen projekten haltet wie ihr das ganze selber umgesetzt habt denn ihr wisst ich freue mich immer riesig auf den austausch mit euch doch genug geschwätzt kurz und knack zeige ich euch jetzt einfach wie ihr die module vorbereitet die aufständerung anschließt die stecker anschließt und das ganze ins stromnetz integriert die profile haben eine länge von 118 zentimetern und können direkt mit den pv modulen verschraubt werden denn diese sind bereits passend vorgebohrt anschließend habe ich die beiden anderen profile mit diesem ersten profil verschraubt durch das kleine profil kann ich den winkel später einstellen mit welchen das profil zur sonne stehen soll am unteren profil befinden sich entsprechende langlöcher mit welchen ich das modul direkt auf meinem dach verschrauben kann der wechselrichter kann direkt an den profilen befestigt werden oder mit einer klammer an den modulen die beiden stecker die plus und minus pole der module werden einfach in den wechselrechter hineingesteckt das ganze ist verwechslungssicher für das zweite modul habe ich mir ein verlängerungskabel dazwischen geklemmt das macht es einfacher die module richtig auszurichten die kabel habe ich mit kabel bindern an den profilen befestigt und somit gesichert anschließend konnten die module perfekt ausgerichtet werden um die aktuellen werte des neuen balkon kraftwerks messen zu können habe ich bereits eine funk steckdose mit stromzähler funktion zwischen schoko stecker und steckdose geschalten über den home assistant kann ich nun bequem auslesen welche leistung mir zur verfügung steht aber mit der zugehörigen app vom wechselrichter der ap easy power app kann ich viel mehr auslesen die installation ist relativ einfach ich muss mich in der nähe der module befinden um über bluetooth das wlan mit den modulen zu verbinden die app bietet mir neben der aktuellen ausgangsleistung beider module auch viele weitere daten statistiken und einstellungen schaut dort einfach mal durch was für euch relevant sein könnte wähle ich mich auf der app über die direkte verbindung ein habe ich unter der einstellung einen lokalen modus den ich aktivieren kann der lokale modus stellt mir eine api bereit mit der ich direkt im home assistant weiter arbeiten kann ich benötige also die zusätzliche funk steckdose überhaupt nicht denn das system kann die daten direkt aus dem wechselrichter in meinen home assistant übertragen ich habe das zweite balkon kraftwerk die beiden neuen module aufgebaut wie ihr sehen könnt ist das ganze nun meiner meinung nach optimal ausgerichtet vorbei an den grünen bäumen die leider noch im wege sind so dass ich möglichst viel sonnenlicht über den tag verteilt nehmen kann das strom bzw der strom wird im moment direkt eingespreist und wird direkt verbraucht aktuell läuft die pool pumpe und dergleichen also da geht genug weg aber ich möchte ja in zukunft den überschüssigen strom speichern deswegen ein sensor hyper 2000 zum beispiel als batterie management hinterlegen wenn ihr wissen wollt wie das ganze funktioniert dann abonniert jetzt meinen kanal damit ihr das neue video nicht verpasst und gebt mir doch einfach mal ein feedback unter diesem video was haltet ihr von diesem projekt was haltet ihr von balkon kraftwerken wie habt ihr das umgesetzt wie steht ihr zu diesen ganzen sachen wenn ihr wissen wollt wo ihr das zeug alles herbekommen wo ihr die module her bekommt kabel wechselrichter verlängerungskabel oder eben auch die ja gummi anschlusskabel und dergleichen dann schaut mal unter das video in die beschreibung dort habe ich euch alles verlinkt könnt ihr direkt kaufen gleicher preis für euch eine kleine provision für mich und meinen kanal an der stelle vielen dank dass ihr mich dabei unterstützt und ich hoffe dass euer balkon kraftwerken genauso ertragreich sein wird hier ist die werbung verspricht oder wie es in meinem fall bereits ist ich freue mich schon auf das nächste video mit euch und sage ciao bis dahin macht's gut bis bald